heilige scheiße wieder weiß was ok was 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 machen wir ich meine maus schon wieder hin ok Wie grün ist das? Alter, ich bin so enttastisch dran, hab ich schon fast fertig. Ich auch. Also erstmal, ich hab die ganze Zeit grün gesucht, weil das Lifeline... Ich auch. Er ist so lange schon tot. Ja, ich hab gehofft, dass keiner von euch die Merchancy macht. Ich hab so lange gesucht. Also rechts hab ich ihn nirgends wo gefunden. Oh, tu, hab ich den auch nirgends wo gefunden. Dann wird der wahrscheinlich Debs sein, oder? Das war ein Punkt in Storage. Jedenfalls... Ich kann euch sagen, dass es gelb ist. Braun liegt in O2, gelb kam mir entgegen. Direkt aus O2 und... Die Lights gingen in dem Moment aus. Also... What? Dann musst du Self-Reboot machen. What the fuck? Ja... Hm... Oh... Ich bin grad... Ich bin grad hochgelaufen. Ja... Wie gesagt... Keine Ahnung, wie du mich gesehen hast, oder was ich dich sehe. In dem Moment aus, wo ihr die Leiche gefunden habt, gelb kam mir direkt entgegen aus O2. Braun liegt da drin. Soll ich jetzt so'n schönen Flip machen bei 8 Lebenden? Da seh ich mich. Könnt ihr machen. Könnt ihr machen. Dann kann ich meine Tasche schön schnell runterbrettern. Schön spicy. Oh, ich mag Gouda. Ist doch egal. Wann war... Wann war... Wann war Blau in Specimen? Ich hab heute Gouda gegessen, glaub ich. Ich war gar nicht in Specimen. Warum hast du dann schon alle Tasks? Ich hab noch nicht alle Tasks gemacht. Ich wurde gelb. Oder... Oh... Das hat eigentlich... Das hat eigentlich echt... Wenn er jetzt... Wenn er jetzt... Wenn er jetzt... Aber beide... Beide Imposter haben für mich gerotet. Ja... Soll wir flippen, oder nicht? Ah, Mann. Scheiße. Mega kacke geloffen, dass der reingekommen ist. Scheiß spontane Entscheidung. Drei Leute. Das ist zu viel. Drei Leute. Ach, Scheiße. Das war halt zu viel. Mensch. Ähm... Okay. Die sind halt alle links. Hm... Ist hier oben einer. Ja. Ja. Komm mir mal bei Office rein. Wo? Bitte sag, ist das Mad Bay. Okay, also ich hab gesehen, dass Pony und Merlin... Das Mad Bay, ja. Also ich hab's auf den Camps gesehen, dass Pony und Merlin gleichzeitig reingelaufen sind. Ja, muss Mad Bay sein. Sie ist Mad Bay gelaufen. Ähm... Komisch ist es noch, ich hab auf Camps gesehen, wie Carrie... Äh... Aus Lab gerade rauslaufen wollte. Dann doch nicht. Dann wieder zurückgelaufen ist. Ähm... Ein Lab wieder rein. Dann bin ich halt zu Lab und dann nicht die Leiche. Alles... Wer war denn noch lights? Wer war denn noch lights? Und uns Luca war noch lights? Wisst ihr... Wisst ihr, wer mir... Wisst ihr, wer mir gerade unten aus Atmen entgegengekommen ist? Carrie? Derjenige, der gerade geselfortet hat. Wer denn geselfortet? Carrie? Unlucky. Gouda. Mein Gott. Mega verkackt. Wie kann man so früh auf den Fifty gehen, Alter? Ja, ey, ich hab den nicht gesehen! Du musst bei acht Leuten immer alleine spielen, Alter! Alter, wie kannst du so oft Imposter werden? Das ist nicht normal! Ich hab... Fuck, Alter! Warte, warte, ich will einen coolen Kill sagen, ja? Den Storage-Kill hab ich direkt am Anfang gemacht. Direkt am Anfang, wirklich. Die ersten zehn Sekunden. Storage schlagt der, der gut ist. Aber Carrie, ich muss sagen, ich find's sehr sympathisch, dass du mich nicht gekillt hast. Ich wurde jetzt die letzten paar Runden immer als erstes gekillt. Ja... Keine Ahnung, ich hab jetzt noch keine Modulation, weil ich 28 Mal Imposter war. Ich hab keine Modulation und mich da rausgegeben. Ganz ehrlich. Hätte ich auch keine Lust mehr. Reicht das, irgendwann. Und Gouda macht Fifty-Fifty bei, keine Ahnung, acht Leuten. Das war so dumm, ich dachte so, ich dachte so, ey, der ist allein, dann kill ich den. Ich kenn den Rennen raus, mach Lights aus. Du kannst dich da drüber rumzureden einfach. Sag einfach, nee... Der hat mich gesehen, ich hab zu spät Lights ausgemacht. Ich hab einfach eine Sekunde zu spät. Aber eine Sekunde zu spät. Ja, eine Sekunde. Das nimmt, weil ich ein Stück noch von links kam, ich so, ja komm Alter, fick mich einfach. Ich hab probiert mit Türen alle irgendwie wegzuhalten, aber... Curry, 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 ich war legit schon am Backen, dann hab ich mir so gedacht...